Ich bin erst mal um 9.32 Uhr mit Helen und Jurek verabredet, weil wir noch eine Stunde vorbereiten müssen für morgen. Es ist jetzt viertel vor zehn. Wir haben uns leider gestern darauf geeinigt, wer zu spät kommt, kriegt eine Kelle. Das heißt, jetzt muss ich mich beeilen. Die Kelle werde ich eh kriegen, aber nicht, dass es noch emotional wird. Dann tut es weh. Also, ab zur Uni. Ja, Jurek ist zum Glück schon weg. Das heißt, heute komme ich nur über eine. Aber mehr als eine Backpfeife am Tag verknuse ich auch. Hier oder hier? Ja. Echt? Okay, aber so wie immer, ne? Die habe ich nicht gezwungen. Ja, ich habe auch ein bisschen weggezwungen. Morgen ist noch eine von Jurek, die Kraft. Die hat Kai noch eine HEX. Halt. Halt. Zwei. Halt. Zwei. Ne zamanerten Wir wollen hier einfach unseren Vortrag vorbereiten und Helden fängt er schon wieder an mit dem Tücki. Helden fängt er schon wieder an mit dem Tücki. Guten. Mein Ziel ist gar nicht. Du hättest die Stunde weggerockt gleich. Warte kurz, warte kurz. Nee, keine Antäusche. Stopp. Okay, ich bin bereit. Oh! Finitus! Hey! Hey! Klatscht. Jetzt auf jeden Fall ein bisschen warm. Ich muss eh noch erst das Nextbike entsperren. Aua! Mein Bartstoppel! Der Sattel ist zum Glück schon richtig eingestellt hier. Warte, ich wheel noch eine Runde. Ich nehm kurz Anlauf. Du meinst bald in die Knallung. Oh, warte! Warte! Oh, Junge! Was? Das war alles schwer. Wow! Paul, are you ready? Jetzt gibt es hier die erste Runde Bierpong. Bin ich noch ungeschlagen. Wir sind ein Team. Ja! Nein! Okay, pass auf. Wenn ihr beim Bierpong treffen wollt, man darf es nicht zu oft benutzen. Muss man bauten, abwischen, fahren, tut. Sekt in der Macke zu teuer. Uh! Es geht weiter! Oh! 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 Leute fragen sich, werfen wir auf. Maschine! Ein bisschen, das ist mein Maß. Ich mache hier eine kleine Daumenbreite. So guck mal, so trinkt man Daumenbreite. Leg den Daumen an und gleich ist es genau darunter. Pass auf einen Millimeter. So Paul, zeig mal dein Daumenmaß. Daumenmaß? Perfekt auf einen Millimeter genau. Helen! 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 Scheibe! Rechte! Ja! Ne�! Ja! Das war kein Zubon! Wenn wir nochmal ausgleichen, verkauf ich meinen Kanal! Wettschulden sind Ehrenschulden! Ich hab Angst! Hier machen wir es! Haben wir das Gefühl! Reiner! Das ist doch Bär! Trinkt jemand was mit? Lass mal einen try! Lecker ist scheiße! Lecker ist es nicht! Das ist ja bärstig! Ja! Sinan! Ex oder Deutscher? Das hab ich echt nie gekauft! Wenn du kotzt ist es okay! Sinan, wenn du kotzt ist es in Ordnung! Ja! 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 Ja 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 ja! Andra was hast du gemacht? Jetzt Rockcamp! Ich frage ihn jetzt, wie man in der UK ein Taxi ruft. Was ist das eigentlich für eine Kack, man da dringend? Was ist das eigentlich für eine Kack? Was ist das für eine Kack? Du musst reinbeißen. Dann hätte ich mal eine Mandarine löffeln. Junge, wir sind hier auf der Jahreshauptversammlung. Und einer hat wieder ein bisschen mehr getankt. Willst du jetzt von da runter springen? Ist ein bisschen fahrlässig von mir, aber ich habe helfen und sichern in der Uni. Warte, warte, warte! Lass doch hier eine Matte unterschmeißen. Schwung durch die Arten! Nicht, dass ihr denkt, ich bin immer nur am Saufen. Aber heute muss ich noch einmal. Wir werden eingeladen auf den vierfachen 25. Geburtstag. Ist bestimmt richtig geil. Deswegen haben wir uns auch schon pünktlich zum Vorsaufen verabredet. 17 Uhr ist Start. Don't drink and drive und noch eine Runde Bierpomme oder so. Mal sehen, was da aufgebaut wird. Ja, das ist ohne direkten Kopf-an-Kopf-Rennen. Oh! Nervös! Tattel, weißt du, was das war? Mein Sieg! Was ist das denn? Ich dachte, irgendwas passt da nicht. Die Ends, Olle! Oh! Meier, Knopf weg den Lachs! Jawohl! 19 Uhr der Geburtstag. Willkommen pünktlich. Maik, was sagst du, dass wir unsere Wegmische vergessen haben? Digger, das ist kacke von dir. Ich muss mal dran denken können. Du hast sie nicht mitgenommen. Diggi, du hast mal dran dringen können. Kehle übel trocken. Kehle trocken? Kehle trocken! Ist okay, oder Janis? Ne, ich bin scheiße. Korrekt, Digger. Wir sind gleich da, zwei Minuten. Ein Gruß für die Kamera! Komm ich hin, Geil! Komm ich hin in den Hansenblock! Ja, vielleicht. Geil! Ey! Ja! Oh mein, die klünen Käffchen! Man könnte sich ja sonst nichts sagen! Ja! Oh, das ist klar, oder? Ja! Oh! Achern! Block! 5-0! Ich wollte für dich den Wurm schaffen! Nein, hör auf! Komm, das ist gar nicht so schlimm. Er tut nur so. Und jetzt eine 69. Wir gehen! Nix, Junge! Haben wir irgendwas gewonnen? Kann ich so scheiße sein. So eine Scheiße, Alter! Wir sitzen hier mit 500 Leuten. Nächste Woche eine neue Runde, neues Glück, ne?